und willkommen zu einer weiteren folge alien dark descent ja wir sind mit der otago abgestürzt finden wir ja das unterstützt punktieren was soll man dazu sagen okay auf die medizinische quartiere zugreifen gehen wir mal rüber ja sorry sorry okay alles defekt okay hier kannst du dann heilen okay zugewiesen jetzt muss die werkstatt hey new girl sorry but i'm pretty busy right now crash buckles have to support bulkheads that's all i can do to stop this place caving in all right i'll let you get on thanks need a gun administrator okay die werkstatt wenn die werkstatt repariert ist bekomme ich was okay ab ins labor okay so administrator hayes i can't tell you how glad i am to see another weyland yutani face award allow me to introduce myself i am dr becker the company assigned me to the ship in order to oversee trials of a new cryo sleep routine but i can't see that happening now look at the state of my lab months of vital research gone if i at least had power i could salvage the backups but these brutes keep ignoring me perhaps you could sorry doctor but they're not exactly friendly to me either it's not about friendly who holds higher authority a weyland yutani executive or your typical marine where does half the uscm's funding come from who provides their weapons hmm you might want to push them i'm sure they'll back down thank you doctor you've given me a lot to think about well of course i have deputy administrator hayes to the bridge hayes please report to the bridge all right this is what the short-range frequency receiver picked up it's a distress message from a nearby colony oh no you thinking what i'm thinking we have to go there see for ourselves what i feel for those people but we're blind here if we're to save anyone we need proper comms we got them the atago hundreds dropship our vehicles my marines they all speak the same language courtesy of the uscm com system that's not what i meant it's a military decision hayes which means it's my decision those folks need help fine what do you need from me well normally idly the squad and an officer'd run oversight you know intel tactical from the arc our armored recon carrier i can do that but i need you to handle the rest from here on the atago oh i thought i wasn't military don't i know it listen if i'm gonna keep my people alive i need someone with smarts for when mine falls short if it helps this ain't exactly what i signed on for either welcome to the colonial marines okay then start with the mission club 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 blah 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 okay chris student uploading mission later es ist einstellen und feigling es in winter mission starten ok ab in die mission jetzt zersolen wir alienärsche säureärsche na all right marines listen up i know we're hurting but we got us a go mission we pulled in a partial signal from the settlement of dead hills we don't know exactly what's happening there but after what we've seen a pioneer we can't take any risks we'll start by securing the landing control zone from there we'll take a look around see what's going on keep your eyes open for survivors be ready for a fire fight even a bad day can get worse oh okay ah he's on the basis süß sehr dunkel Das ist gut. Okay, mach mal das Loch auf hier. Mal gucken, was da los ist. Mach das Loch auf. Oha, komm, wir stecken hier einen von vor, ha? Geht nichts. Hm. Müssen wir hier hin? Hier rein marschieren. Überbrücken. Entschwiegeln. Machs Loch auf jetzt. Es geht doch ein bisschen schneller. Mensch. Kommt doch jetzt rein, oder? Hey Harper. No sign of movement from up here. Do you see anything? Gut, die gehen rein. Ah, komm schon da gehen. Was hab ich schon da? Guck, schneller. Das dauert auch noch, ne? Bis die mal was sehen. Wo ist mein Cursor? Wieso bin ich schon in der Zeitlupe gewesen? Hey, nein! Was machen die da? Hä? Das wollte ich doch gar nicht. Mann, 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 Mann. Renn, Tür durch! Renn, Tür durch! Ich hab's ja eben schon gemacht mit Taschenlampe gucken. Also kann man hier alles gucken und was freischalten. Und hier, interagieren. On it! Let's see what's inside. Okay, Werkzeug kann ich wohl gebrauchen. Sonst kann ich nicht interagieren. Ich habe keine Antworten. Es sieht aus wie er sich hat. Der Mann, der hat sich verletzt. Nicht wir alle? Wenn wir fertig sind, dann muss ich mich verletzen. On it! Access in Terminal. Verbinden wir es mit unserem Raumschiff, ne? Und jetzt? Aufschweißen. Okay, squad. You heard the lady. We'll get this door unwelden and continue our path towards the colony headquarters. Aufschweißen. Cut that door open. Okay. Cut the door open. Okay. Door opened. Door open. Wacken. Door open. Schwerst gut. Dann schwerst gut. Top wird. Punkt. ich bin mal gespannt ich habe noch keinen ausschlag noch kein pilzen ich bin mal so lasst uns mal vorsichtig durchgehen aufmerksam bleiben welche richtung denn nun hier hoch oder was mussten wir hier gucken gut zerschlossen nicht aufgeschweißt ich kann es nicht aufschweißen die nischt die auch nischt Es ist ruhig, zu ruhig. What the hell is that? Looks like some kind of skin. Did they not teach you about biohazards in the USCM? Don't touch it! You done? Good. Marines, there's something in here with us. It doesn't take a genius to guess at what. Stay sharp. Come on, team! Double time! Die Tür ist zu, ne? Hier geht's raus. Will ich nicht. Wir erkunden die Karte, ne? Oh, Blut. I. Nicht, gerade wenig. Da hat einer gelitten. Too quiet. Ist ruhig, zu ruhig. Okay. Will ich hier Rambazamba machen? Oder was? Oder war das nur ein Blitz von außen? Move on! Ah, da ist doch was. Verlückung, dieser Knopf. Aber wo ist mein Ziel? Das wird die Hauptkarte, erster Stück sein, hier, ne? Stay frosty, Marines. Ne, hier war ich doch. Gehen wir mal hier links. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, ne? Oh, die Tür, die zu war. Don't get too comfy, okay? Wenn ich hier links laufe. Ist zu. Na gut, müssen wir die Parigrate da aufmachen. Wieder was sprengen. Wieso macht er jetzt auf Zeitlobe? Schönes Sprengen. In der Akkieren drücken? Dann ist Zeitlobe da. Hä? Musch das hier nehmen. Kanatwerfer. Ich kann doch hier Epsilon drücken, ne? Interagieren. Zeitlupe. Warum? Ich kann doch hier eine Granade rein, was ich weiß nicht. Leuchtfagde. Hold on, Marines. Sag mal, bin ich jetzt doof oder wie? Es ist kalt. Zu kalt. Es ist Ypsilon. hat er mir denn hier ausgeführt jetzt hey interagieren ich will hier eine ladung dran machen wir denken sie nicht falsch machen ich habe y gedrückt aber er will nicht sprengen geht es nur von der anderen seite oder was ja da ist ein aufzug und von der seite hier kann es sprengen ich lasse es erstmal so so dann müssen wir hier in aufzug na ich habe ein bad feeling about that come on you've watched too many movies it was built by the way you it'll hold get us upstairs right now in der erste stock die erste mission okay wir haben wir haben es schon gemacht ein aufzug wir haben es schon gemacht ein aufzug roger das kann man ja auch aufheben merken wir jetzt hier die kiste dass sie was in seiten monos habe ich ich will hinter dem team mal ein bisschen was aufstecken die mission weitermachen mit überblick habe noch ok alles schön ausleuchten noch ein datapad hier rein ans terminal roger deaktivieren now let's hope this works okay now let's check out the colonists personal data transmitters for that only the sector map go ahead and find it noch him wo noch wir und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 auch hier wo welchen ausgewiesenen gebiet wo ist es hier unten oder was so hier noch mal drauf jetzt ich hoffe dass hier nichts rauskommt noch kann schon eine mine reinwerfen jetzt hier rüber oder wie ja der einzige weg noch jetzt sind wir im außenbereich aber ich höre noch nichts piepen immer erst von der rein es quiet too quiet move on arper are you reading this yeah looks like the field spotters pick something up squad late check it out sweepin secure there's something around oh da kommt einer hinter uns okay mal hier rein roger let's see what's inside jetzt hier nee deploying motion tracker setting up motion tracker machen wir denn hier nochmal hin jetzt hier einmal außenrum ich stehe komplett außenrum okay gehen wir uns den weg hier hier rein das ist eine runde langsam laufen auch kein schutzraum was mäßig nur alle, warte mal jetzt sind es schon zwei er hat was auf dem Gesicht sitzen er hat Schau, der Teufel ist gestritten. Es wird den Schädel verletzt. Wir können ihn zurück nach Otago gehen. Vielleicht Becker kann... Du kannst ihn nicht nach Medbayern nehmen. Wir können nicht die Entschuldigung. Gott, okay. Wir können ihn hier nicht wegziehen. Squadley, er wird von ihm weg und dann zurück nach der Mission. Okay, kill ihn. Aber jetzt ist es zu laut, oder? Ui. Geh weg hier weg hier. Was? Drops the blood? coming looks like they found us und jetzt weg hier move on Good job guys. Hurry up squad. Oh, wo ist denn hin? Na gut, ich lebe mir. Nicht so nah. Geh rein. Geh rein. Good as new. Marine's reload. Okay. Hold on Marines. Roger. Stay still. Gonna patch you up. Hey, ich hab gedacht, es wird der ohne. Oh man. There you go. There's something around. Come on team. Und mal verschleißen. You shall not pass fuckers. Door welded. Hurry up squad. On it. Got something on the tracker. Kommen wir nicht rein, ne? Come on team. Kann ja auch nicht. Soll ich jetzt ins Erdgeschoss kommen? Ja. Was? Weg hier. Ich werd gejagt, ne? Ich lauf ja auch falsch, ne? Oh no. Move on. The lights later. Heerlings. Stay frosty. Marines. Double tie. Shh. Here's one. I have multiple signals. Shh. Here's one. It's seen us. Oh my god. Wir sind im Stress. Oh my god. Who's there? Who are you? Are you with a company? Take it easy, man. We're the USCM Corps. I'm under the orders of Sergeant Harper and in contact with Administrator Hayes from Pioneer Station. It's Joe McAllen. Technician Second Grade. Please. Don't leave me here. Please. Technician? Chief Corrigan could probably use another pair of hands. No way he's getting in my dropship. How do you know he's not infected? Infested, Hunslet. These things are parasites, not a disease. Marines. You reckon we can trust him? I mean, he welded that door pretty tight to keep these guys at bay. Just keep an eye on him, will you? Squad lead. Bring him back to the ARC. But stay alert. I don't want any surprises. All right. Stay calm, Joe. We're getting you out of here. Stay with us. We'll get you back to our transport. Copy. Let's see what's inside. Okay. Holger uns. Jetzt. Die hunde. Die hunde. Du musst ins e-geschoss, ne? Deploying motion tracker. The motion tracker. hierher da bin ich richtig oder glaube ich zumindest ist nämlich auch mit da ist ein aufzug rufen wir den aufzug und wenn ich was jetzt doch ein etwas langsam wo ist denn mein auto und hier ist was alles mitnehmen wo ist denn das hat auch so hier daraus die runde ich habe den panzerwagen freigeschaltete drücke und jetzt kommt Und überfahren ich groß nicht, die rüber. Wow. Okay, ich kann mal eine Trumpfe legen, über den Exfiltrieren. Okay, wir machen die Exfiltration. Ach, immer drücke ich was Falsches. Überleben, herausholen. Wir gehen auch zurück, Exfiltrieren. Hey, du passst in die Bar, bring me back some of the good stuff. Willst du das gute Zeug? Hey. No trucks. No rock'n'roll. So, zurück zu Otago. Bertils. Okay. Maureen Brist? Hm. Okay. So, hostile critters or wiped out colony? Hunslet being Hunslet. How'd you find your first day in the core? I don't know. It's a lot to take in. If it helps, you're doing okay. Thank you. I'm glad it's over. My nerves are shot. Oh, it ain't never over. But for now, we got some time. Good. Gives me a chance to work on the comms. If only we could hear from Director Price and Pharos Spire. We could use her help. Dr. Becker's been trying the whole time we were deployed. It turns out most long-range transmitters are down. If someone's home at Pharos, they probably can't pick up. Do you think those things can be there too? Judging by what happened on Pioneer, it's clear that they're spreading extremely fast. Then you'd better get familiar with the Otago right now. We can't give those creatures the benefit of time. Okay. Das war's bis hier erstmal gewesen. Danke fürs Zuschauen. Teilen, Liken, Abonnieren nicht vergessen. Vor allem Abonnieren. Guckt euch das Video an, damit ich ein bisschen Stunden kriege. Sonst kann ich kein Creator werden. Okay. Würde mich freuen, wenn ihr das alles macht. Und Cheerio. Bis zum nächsten Mal. two gleich mal hin. Komm schon auf jeden Fall.